Herzlich willkommen bei Teil 2 des Histotrainers zu den weiblichen Geschlechtsorganen. In diesem Video zeigen wir dir den lichtmikroskopischen Aufbau von Uterus, Cervix und Vaginalwand. Okay, los geht's mit einem Uteruspräparat in der Standard-HE-Färbung. Die Wand des Uterus besteht aus drei Schichten. Ganz innen ans Lumen grenzt eine eher dunkel angefärbte Basophile Tunica Mucosa an. Sie stellt die Schleimhaut dar, die man im Uterus auch als Enometrium bezeichnet. Weiter außen bildet Eosinophile glatte Muskulatur die breiteste der drei Schichten, nämlich die Tunica muscularis, die im Uterus auch Myometrium genannt wird. Außerhalb des Myometriums findet sich noch kollagenes Bindegewebe als dritte Schicht, hier aber nicht mehr richtig mit erfasst. Das äußere Bindegewebe verankert den Uterus über dessen seitliche Ränder mit Bandstrukturen sowie der Beckenwand. An den lateralen Uterusflächen wird die äußerste Schicht Parametrium genannt. Der Fundusbereich sowie die dorsalen und ventralen Flächen vom Korpus haben dagegen als äußerste Schicht kein Para, sondern ein Perimetrium. Der wichtige Unterschied ist, dass das Perimetrium zusätzlich zum kollagenen Bindegewebe noch eine dünne seröse Haut mit einschichtigem Plattenepithel enthält. Die Zellkerne sind fast das einzige, was man hier von den flachen Epithelzellen sieht. Das Bindegewebe nennt man formal auch Tela subserosa und die seröse Haut Tunica serosa. Okay, bevor wir uns nun das Endometrium genauer anschauen, wollen wir noch einmal kurz den Schleimhautzyklus des Endometriums, also den Menstruationszyklus, rekapitulieren. Der Menstruationszyklus beginnt definitionsgemäß mit der Abbruchblutung, der sogenannten Desquamationsphase. Sie dauert ca. drei bis vier Tage und wird ausgelöst durch den Abfall des Progesteronenspiegels in der zweiten Zyklushälfte. Zu diesem Progesteronenspiegelabfall kommt es in der Lutealphase des Ovas und zwar durch die Degeneration des Korpus Luteum zum inaktiven Korpus Albicans bei Ausbleiben einer Schwangerschaft. In der sich anschließenden Proliferationsphase wird das Endometrium wieder aufgebaut. Auslöser hierfür ist der rapide Anstieg der Östrogene, die hauptsächlich der dominante Follikel während der späten Follikelphase im Ovar bildet. Die Endometriumreifung in der Sekretionsphase ist dagegen die Folge des langsam wieder ansteigenden Progesteronenspiegels. Das Progesteron wird in der Lutealphase des Ovas, das heißt nach dem Eisprung, vom Korpus Luteum gebildet. In der Sekretionsphase geben die gereiften Endometriumdrüsen ein nährstoffhaltiges Sekret auf die Gebärmutterschleimhaut ab. So ist das Endometrium ca. eine Woche nach dem Eisprung, also um Tag 21, optimal vorbereitet für die Einlistung einer potenziellen Blastozyste. Okay, nun schauen wir uns das Endometrium, also die Schleimhaut des Uterus einmal genauer an. Das Endometrium besteht aus einer zellreichen Bindegewebsschicht, der Lamina propria, die von einem einschichtigem zylindrischen Epithel bedeckt wird. Dieses senkt sich in regelmäßigen Abständen in die Lamina propria ein und bildet dort dann schlauchförmige, also tumulöse Drüsen, nämlich die Glandule uterine. Sie zeigen bei Beginn der Proliferationsphase noch kurze, geradlinige Drüsenschläuche, so wie in diesem Präparat. Das Endometrium gliedert sich nach seinem Verhalten während des Zyklus in zwei Bereiche. Oben, also lumenseitig, liegt das breitere Stratum Funktionale, kurz Funktionales, das mit dem Menstruationszyklus umgebaut und in der Deskommationsphase abgestoßen wird. Und unten liegt das schmalere Stratum Basale, kurz Basalis. Seine Lamina propria ist etwas dunkler gefärbt und grenzt direkt ans rot gefärbte Myometrium. Die Basalis bleibt bei der Deskommationsphase erhalten und dient der Regeneration des Endometriums. Schauen wir uns jetzt mal die Veränderungen der Funktionales in der Proliferationsphase an. In der Proliferationsphase wächst nämlich die Funktionales, sodass das Endometrium insgesamt bereits deutlich breiter erscheint. Die Drüsenschläuche werden tiefer und verlaufen auch alle nicht mehr vollständig gerade. Teilweise schlängeln sie sich bzw. sehen sie etwas zusammengestaucht aus, weil das umliegende Bindegewebe schneller wächst als die Drüsen. Das bezeichnende Merkmal der Proliferationsphase sind die vielen Mitosefiguren im Epithel. Sie sind das Zeichen der stattfindenden Vermehrung von Drüsenzellen in dieser Phase. In der frühen Sekretionsphase endet die Proliferation und die Drüsenzellen zeigen zunehmende Zeichen der Differenzierung. Mitosefiguren findet man jetzt kaum noch. Stattdessen sieht man blasse Bereiche am basalen Zellpol direkt hinter dem Kern in den Drüsenzellen. Die Kerne werden dadurch auch vom basalen Zellpol weg in die Mitte des Zytoplasmas verdrängt. Man nennt diese hellen Bereiche daher retronukleäre Vakuolen, was aber nicht ganz zutrifft, denn streng genommen sind es keine echten Vakuolen, sondern Glykogenablagerungen. Aber Glykogen kommt im Standardpräparat nicht zur Darstellung und so entstehen diese blassen Bereiche hinter dem Zellkern. In der späten Sekretionsphase kann das breitere Endometrium nicht nur in die schon bekannte Basales und Funktionales unterteilt werden, vielmehr kann man nun auch die Funktionales selbst in zwei Bereiche gliedern. Fällt ihr auf, dass sie in der unteren Hälfte heller und aufgelockerter wirkt, während sie in der oberen Hälfte eher dicht und etwas dunkler erscheint? Das liegt daran, dass im unteren Teil die weiten Drüsenlumina überwiegen. Man nennt diese Schicht auch Stratum Spongiosum aus dem Lateinischen Spongia für Schwamm. Im oberen Teil überwiegt eher dichtes Bindegewebe der Lamina Propria und man sieht weniger Drüsenlumina, man nennt diese Schicht daher auch Stratum Compactum. Wenn man sich nun die weiten Drüsenlumina des Stratum Spongiosum in höherer Vergrößerung anschaut, so fällt auf, dass sie viele kleine Epithelfalten haben. Und das ist sehr charakteristisch für die späte Sekretionsphase. Man sagt dann auch dazu Sägeblattdrüsen, weil die kleinen Falten an die Zähne einer Säge erinnern. Außerdem findet man nun auch erstmalig eosinophiles Sekret in den Drüsenlumina. Es besteht hauptsächlich aus Muzinen, Glykogen, Glykoproteinen sowie Lipiden und dient dazu einen optimalen Nährbund für die Implantation der Blastozyste zu schaffen. Schaust du nun mit noch höherer Vergrößerung auf die Drüsen, dann siehst du dazu passend auch unscharfe bzw. bläschenartig aufgetriebene Membranbereiche an der Grenze zum Numen als Zeichen der aktiven Sekretion. Die Kerne der Epithelzellen liegen in dieser Phase auch wieder am basalen Zellpol aufgereiht und nicht mehr mittig in den Zellen. Denn die sogenannten retronukleären Vakuolen verschwinden bereits am Ende der frühen Sekretionsphase. Außerdem erscheinen die Kerne alle durchweg kreisrund und zeigen so gut wie keine Methosefiguren mehr in der späten Sekretionsphase. Okay, schauen wir uns nun auch das Stratum Compactum noch einmal genauer an. Die Lamina propria wandelt sich dort besonders stark um. Hier hypertrophieren die Bindegewebszellen und entwickeln einen relativ breiten Zytoplasmasaum. Sie lagern nämlich reichlich Glykogen, Lipide und Proteine ein und werden somit zu Prädezidua-Zellen. Der Vorgang wird auch Dezidualisierung genannt. Die Bezeichnung dieser Zellen ist angelehnt an die ähnlich geformten Dezidua-Zellen der Plazenta. Zudem entwickelt sich im Stratum Compactum ein Stromaödem, was man an den vielen blassen, kaum angefärbten Bereichen zwischen den Zellen erkennen kann. Alle diese Veränderungen tragen dazu bei, dass eine Blastozyste optimale Bedingungen bei einer Implantation in der Gebärmutter sowie genug Nährstoffe vorfindet, bevor sich die Plazenta ausbildet. Ein weiteres Merkmal des Endometriums der späten Sekretionsphase sind solch eng benachbarten, teils gewunden verlaufenden Arterienanschnitte. Das sind die sogenannten Spiralarterien, die aus den Arterie radialis des Uterus hervorgehen und korkenzieherartig durchs Endometrium verlaufen. Durch ihre breite eosinophile Media aus glatter Muskulatur kann man sie gut vom eher basophilen und zylindrischen Epithel der Uterusdrüsen abgrenzen. Diese Arterien sind in zweierlei Hinsicht interessant. Einerseits bilden sie im Falle einer Schwangerschaft die zuführenden mütterlichen Gefäße für die sich entwickelnde Plazenta. Und andererseits, im Falle eines gewöhnlichen Menstruationszyklus, führt die Kontraktion eben dieser Spiralarterien zu einer Unterversorgung der Funktionales mit nachfolgender Abstoßung während der Deskommationsphase. Als nächstes wollen wir uns jetzt das darunterliegende Myometrium anschauen. Es wird grob in drei Bereiche unterteilt. Direkt unterm Endometrium liegt das Stratum submucosum. Dann folgt eine Schicht, in der man auffällig viele Gefäßanschnitte findet. Es wird daher Stratum vaskulare genannt. Seine Muskelfasern sind am ehesten zirkulär angeordnet, verlaufen also in etwa gürtelartig um die Gebärmutterhöhle. Bei der Geburt sorgt genau diese Schicht für die Wehen in der Eröffnungsphase. Außerhalb davon liegt das sogenannte Stratum supravaskulosum. Die Fasern von Stratum submucosum und supravaskulosum verlaufen am ehesten longitudinal, also von Kranial nach Kaudal am Uterus. In höherer Vergrößerung sieht man, dass die glatten Muskelzellen jeweils zu mehreren gebündelt liegen. Hier erkennst du zwei längs- und hier zwei quer angeschnittene Muskelbündel. Die Muskelzellen darin haben jeweils rötlich-eosinophiles Zytoplasma und längliche, zigarrenförmige Kerne. Wie du siehst, liegen diese relativ mittig in den Muskelzellen. Und genau dadurch unterscheidet sich auch die glatte Muskulatur von der Skelettmuskulatur, in der nämlich die Kerne stets randlich in den Zellen liegen. Okay, verlassen wir nun den Korpus uteri und schauen uns als nächstes mal ein Präparat der Cervix uteri in Standard-HE-Färbung an. Das HE-Präparat enthält den in die Vagina hineinreichenden Teil der Cervix uteri, die sogenannte Portio vaginalis cervicis, die im klinischen Sprachgebrauch einfach nur Portio heißt. Außerdem sieht man den unteren Teil des Cervikalkanals, über den die Vagina mit der Gebärmutterhöhle verbunden ist. Die Cervix-Teile, die den Kanal enthalten, werden auch Endocervix genannt. Die vaginalseitige Öffnung des Cervikalkanals ist der äußere Muttermund. Die außerhalb der Muttermundöffnung liegenden Teile der Portio nennt man Ectocervix. Kommen wir zu den Cervix-Wandschichten. Ganz innen liegt die kräftig basophile Mucosa, auf deren Epithel wir gleich noch genauer eingehen. Weiter außen folgt noch eine eosinophile Schicht aus glatter Muskulatur. Sie ist dünner und von deutlich mehr Bindegewebsfasern durchsetzt als das restliche Uterusmyometrium. Der Cervix-Abschnitt des Präparats ragt wie eine Kuppel in die Vagina hinein, sodass man außen nur das vaginale Plattenepithel als umrandende Begrenzung sieht. Im oberen Teil der Cervix, der ja nicht in die Vagina hineinragt, würde man außen zusätzlich das Bindegewebe des Parametriums vorfinden. Wie versprochen, gehen wir jetzt noch ausführlicher aufs Epithel ein. An der Cervix-Uterie treffen nämlich zwei verschiedene Epithelien aufeinander. Zum einen ein mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel, das die Schleimhaut der Portio Vaginales bildet und das übrigens das gleiche Plattenepithel wie in der Vaginalschleimhaut ist. Und zum anderen das einschichtige, zylindrische Epithel, das die Schleimhaut des Cervikalkanals bildet. Schauen wir uns erstmal das Plattenepithel in höherer Vergrößerung an. Es bedeckt die Oberflächen von Vaginalkanal und Portio Vaginales Cervices. Wir drehen das Präparat an dieser Stelle einmal, um die basalen Epithelschichten passenderweise am unteren Bildrand zu positionieren. Das Plattenepithel besteht insgesamt aus vier unscharf abgegrenzten Schichten. Auf der Basalmembran sitzt zunächst das Stratum Basale. Es besteht aus einer Lage kleiner Zellen, deren Kerne bandartig aufgereiht sind. Sie haben Stammzelleigenschaften und sorgen durch Zellteilung für die regelmäßige Epithelerneuerung. Die darüberliegenden Schichten differenzieren sich dann von unten nach oben wandernd aus, ohne sich jedoch dabei weiterzuteilen. Hierbei entsteht zunächst ein Stratum Parabasale mit kleinen eosinophil-rötlichen Zellen. Darüber folgt das Stratum Intermedium, in dem die Zellen größer und heller werden. Das liegt am Glykogen, das die Zellen jetzt zunehmend einlagern. Die oberste ans Lumen grenzende Schicht ist das Stratum Superfiziale. Ihre Zellen sind länglich flach und ebenso blass, denn sie haben ihre maximale Glykogenkonzentration erreicht. Das Plattenepithel von Vagina und Portio ist wie das Endometrium zyklusabhängig. Das Stratum Superfiziale wird nämlich an mehreren Stellen abgeschilfert nach dem Eisprung. Das dabei freigesetzte Glykogen wird vor allem von Milchsäurebakterien der physiologischen Vaginalflora als Energiequelle genutzt und zu Milchsäure verstoffwechselt. Der daraus resultierende saure pH-Wert dient dann als Schutz vor Pathogenen. Okay, als nächstes wollen wir uns nun noch das Zylinderepithel des Cervikalkanals genauer anschauen. Die Schleimhaut der Endocervix bildet Falten- und kryptenartige Vertiefungen, die man als Cervixdrüsen bezeichnet. Falten und Krypten werden von einschichtigem zylindrischem Epithel bedeckt. Die Zellen haben runde Kerne am basalen Zellpol. Das apikale Zytoplasma ist relativ blass, was typisch für schleimbildende Zellen ist. Der Aufbau des Epithel zeigt übrigens keine nennenswerten zyklusabhängigen Veränderungen. Allerdings nimmt der Zyklus Einfluss auf Menge und Art des Zervikalschleims. Die meiste Zeit des Zyklus ist der Schleim relativ zäh und hilft somit, den äußeren Muttermund zu verschließen, was unter anderem vor Infektionen schützt. Aber etwa in Zyklusmitte, also wenn der Eisprung bevorsteht, dann erhöht sich die Muzinmenge etwa um das Zehnfache. Und gleichzeitig wird die Konsistenz weniger zäh, sodass eine potenzielle Spermien-Ascension in Richtung der Turmen verbessert wird. Der Zervikalschleim befeuchtet zudem auch das drüsenfreie Plattenepithel der Vaginalschleimhaut. Der Bereich, in dem das Zylinderepithel ins Plattenepithel übergeht, wird übrigens Transformationszone genannt. Hier siehst so, dass der Übergang relativ abrupt stattfindet. Unten findet man noch mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel und direkt darüber sieht man bereits einschichtiges Zylinderepithel. Die Transformationszone verlagert sich mit dem Alter der Frau. Vor der Pubertät und nach der Menopause liegt sie endozervikal. Aber während der Geschlechtsreife verschiebt sie sich durch den hohen Östrogeneinfluss nach ectozervikal, also auf die Portiooberfläche. Und das bezeichnet man dann als Ectopie oder Ectropion. Im Bereich der Ectopie gibt es noch eine Besonderheit, nämlich die sogenannte Plattenepithelmetaplasie. Darunter versteht man, dass sich das auf die Portio vorgelagerte Zylinderepithel durch das vaginale Milieu in mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel umwandelt. Man nimmt an, dass dies durch Reprogrammierung der Stammzellen im Zylinderepithel geschieht, als Reaktion auf Faktoren wie Keimflora oder pH-Wert, die ja im Vaginalkanal anders als im Zervikalkanal sind. Klinisch bedeutsam ist diese Metaplasie im Bereich der Transformationszone, weil dieses Epithel besonders anfällig für dysplastische Veränderungen bis hin zum Gebärmutterhalskrebs ist. Jetzt verlassen wir die Zervix und zeigen als letztes noch die Schichten der Vaginalwand in der HE-Färbung. Innenans Lumen grenzt die Mucosa, bestehend aus einem mehrschichtigen Plattenepithel und der darunterliegenden bindegewebigen Lamina propria. Sie enthält zahlreiche Gefäße, die auch das gefäßfreie Plattenepithel versorgen. Das Plattenepithel selbst haben wir ja eben schon besprochen, es entspricht dem Plattenepithel der Portio vaginalis cervicis in Aufbau, Aussehen und Funktion. Unter der Mucosa liegt eine muskulares aus rotgefärbter, eosinophiler glatter Muskulatur. Sie wird von reichlich Bindegewebe durchsetzt, das sind diese blasseren Bereiche hier, und ist somit bei weitem nicht so kräftig ausgeprägt wie das Uterosmyometrium. Ganz außen folgt noch die Adventitia, eine Bindegewebsschicht, die hier aber nur im Anfangsteil mit erfasst wurde und über welche der Vaginalkanal mit dem umliegenden Gewebe verwachsen ist. So, das war die Histologie zum zweiten Teil der weiblichen Geschlechtsorgane. Wir hoffen, du kannst mit ein bisschen Übung auch beim selbstständigen Mikroskopieren alle gezeigten Strukturen wiedererkennen und benennen. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst, deine AMBOS-Redaktion. Wenn du selber das Mikroskopieren dieses Organs oder vieler weiterer Organe wiederholen und üben möchtest, kannst du dir in unserem Shop das Smart Zoom-Paket von unserem Kooperationspartner für die virtuelle Mikroskopie dazu buchen. Damit lassen sich histologische Präparate mit dem Computer oder Tablet auch von zu Hause aus ganz einfach selber mikroskopieren. Viel Erfolg!